Ja hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge aus OMSI 2, dem Omnibus Simulator. Ja moin zusammen, ich begrüße euch mal wieder. Das ist das erste Video jetzt hier im Jahr 2021, was jetzt irgendwelche kommentierten Videos hier angeht. Das ein oder andere Transporting-Video habe ich ja schon hochgeladen. Was ich mir auch dieses Jahr nicht habe nehmen lassen ist die alljährlich traditionell wiederkehrende Winterfolge in OMSI. Ich erzähle gleich noch ein bisschen was dazu, wir haben ja etwas länger Zeit jetzt auch hier. Wir sind unterwegs mit einem Solaris Rubino 18, der BVG Variante von Alter, auf der Web Krefrath. Hallo. Genau wir fahren hier so eine Überlandlinie im Umland der Stadt Krefrath. Ist glaube ich eine ganz schöne Linie. Und ja dann schauen wir mal was uns auf dieser Fahrt so erwartet. Kleiner Spoiler schon mal hier an der Stelle. Ich glaube ich habe keine größeren Unfälle gebaut. Das ist schon mal gut. Allerdings bin ich mir da jetzt auch gar nicht mehr ganz so sicher, weil es ist auch schon wieder ein paar Tage her, dass ich das aufgenommen habe. Ja ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie kommt es jetzt eigentlich dazu, dass er jetzt auf einmal wieder OMSI aufgenommen hat. Obwohl er ja eigentlich gesagt hat, dass es keine neuen Videos mehr geben wird. Das ist richtig, ja. Ich hatte euch auch erzählt, dass ich drei Videos noch vorhinein aufgenommen hatte. Davon hatte ich ja eins schon hochgeladen Ende letzten Jahres. Dementsprechend hatte ich ja noch zwei auf Vorrat. Das interessante ist, dass dieses Video hier nicht zu den Videos gehört, die ich auf Vorrat hatte. Ne, der Punkt war dadurch, dass es Mitte Dezember ja zu dem erneuten Lockdown kam und die Schulen wieder geschlossen wurden und ich zufälligerweise Ende Dezember, also Mitte Dezember Berufsschule hatte, war ich dann kurzzeitig schon, ja, etwas über eine Woche früher zu Hause als eigentlich geplant. Und ja, somit hatte ich quasi zu meinen zwei Wochen Urlaub, die sowieso eingeplant waren, oder sogar zweieinhalb Wochen, die ich da zu Hause war, noch zusätzlich etwas mehr als eine Woche frei. Das heißt, ich war insgesamt dreieinhalb Wochen etwa zu Hause. Und ich habe mir dementsprechend gedacht, ja, die dreieinhalb Wochen würde es sich ja eigentlich lohnen, den PC einzupacken und wieder in Saarland zu fahren. Hallo! Und dann halt die Zeit dort zu verbringen. Gerade über Weihnachten und Silvester auch bei meinen Eltern dann. Und ja, da habe ich ja auch mein Dashboard stehen und ich dachte mir, wenn schon mal die Gelegenheit ist, dann freue ich das doch mal wieder auf und drehen wir wieder ein paar Runden. Und ja, in Verbindung damit habe ich dann natürlich auch die eine oder andere Fahrt hier wieder aufgenommen. Also diese Winterfolge hier ist jetzt nicht die einzige Folge, die ich jetzt vor ein paar Wochen dann aufgenommen habe, sondern ich glaube, ich habe auch noch zwei, drei andere Fahrten aufgenommen. Die meinen, das sind es nahe, wenn ich mich richtig erinnere, allerdings nicht ganz so lange sind wie diese Folge hier. Ähm, ja. Die werden jetzt auch nicht, äh, ja, in den nächsten Tagen oder Wochen alle kommen. Ähm, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, es wird wahrscheinlich sehr lange dauern, bis ich wieder dazu komme aufzunehmen. Es ging jetzt dann, wie gesagt, auch schneller als erwartet. Äh, allerdings vermute ich jetzt, dass es tatsächlich dann wirklich etwas länger dauert. Ähm, ich denke nicht, dass ich im Sommer, wenn ich da wieder Urlaub haben werde oder so, das machen werde, wenn ich dann viel zu viel auch unterwegs sein werde. Ich hoffe ich, sofern das möglich ist. Äh, das heißt, ja, frühestens dann nächsten Winter wieder, sofern ich da entsprechend lange genug frei haben sollte. Nöööö, das sieht aber auch, ähm, zahle aus, was ich da gemacht habe. Äh, ja genau, wie gesagt, frühestens dann nächsten Winter, wenn ich da lange genug frei habe und ich dann Interesse daran habe, die, ja, die ganzen Sachen hier wieder, wieder hin und her zu fahren. Ja, dementsprechend werde ich mir die Videos ein bisschen aufteilen und, äh, ja, die quasi dazu benutzen, äh, wenn ich irgendwas mit euch zu teilen habe, wenn ich euch irgendwas zu erzählen habe oder so. Dann werde ich die dafür nutzen, aber ich glaube, das ist ja nichts Neues, das habe ich ja in der letzten Folge schon sehr ausführlich erzählt. Ja, wo war ich eigentlich stehen gefühlt? Ich weiß schon gar nicht, bin ich jetzt überhaupt auf das Thema gekommen, aber ich habe euch erzählt, äh, wie es dazu kam, dass ich jetzt hier diese, diese Video aufgenommen habe. Wieso war das? Ja, genau. Hatte ich ja in der letzten Folge habe ich, äh, kann ich mich erinnern, auch erzählt, ähm, dass ich so ein bisschen erzählen möchte, was ich mir so überlegt habe oder mir vorstellen könnte, was in Zukunft mit dem Kanahi passieren könnte oder passieren wird. Weil ich ja schon von vornherein, also von vornherein gesagt habe, dass es mit den Let's Plays wohl eher, ja, nicht mehr so arg stark weitergehen wird. Ich glaube ja gesagt, dass es die eine oder andere Folge scheinlich, wenn es gut läuft, aus Toosie oder so oder eventuell auch sogar aus dem Train Simulator noch eben wird mit dem Maklern zusammen. Das wird dann aber leider eher die Ausnahme sein. Äh, und wie gesagt, halt diese paar OMSI-Folgen hier, die ich jetzt, äh, ja, immer so im Vorhinein aufnehme und dann jetzt nachkommentiere. Ähm, ja, da wollte ich euch ja von meinen Ideen erzählen, beziehungsweise euch ja dann auch mal fragen, was ihr euch dann so vorstellen könnt und habt ihr Ideen, habt ihr Wünsche. Äh, das möchte ich aber jetzt in dieser Folge nicht machen, das hier ist jetzt, äh, allgemeine Winterfolge und, genau, ich werde dann in einem separaten Video, welches sich dann nur mit dem Thema, zu cool auf dieses Kanals befasst, ähm, umladen, aufnehmen, genau, dass ihr euch irgendwie unnördet oder denkt, dass ich das vergessen hätte oder so. Ja, das hier sind auch wieder sehr schöne Texturen auf der Fahrbahn, die ich sehe. Ich glaube, das soll nicht so. Bin mir da aber nicht so sicher. Ja, kurz noch ein paar Worte zu Grefrad. Grefrad ist, äh, ne fiktive Möp, ich glaube, ist mittlerweile in der Version 3.1 oder 3.2 oder sowas. Ähm, ja, das soll in Nordrhein-Westfalen spielen. Man merkt auch, dass es hin und wieder ein bisschen, äh, auf die Gegend angelegt, äh, ja, doch, so. Man merkt immer wieder, auch an den Namen der Orte oder der Städte, dass es daran angelehnt ist. Gibt hier zum Beispiel, äh, ich glaube, irgendwie Bahnhof Wedau oder so. Das gibt's ja dann im Original zum Beispiel in Füßburg auch. Ja. Das ist eigentlich eine ganz schöne Map. Ist auch schon, ja, etwas älter, aber... Es gibt ja entsprechend auch nicht mehr wirklich viel Neues in Omsi 2. Was ich auch irgendwo verstehen kann. Weil... Klar, es ist ein schöner Simulator, aber er ist einfach mittlerweile in die Jahre gekommen. Und es gibt so viele schöne Sachen mittlerweile in Omsi. Und es ist wirklich mittlerweile auch schwerwürdig, sich da irgendwie, ja, zu verbessern. Ein Simulator hat halt auch einfach, was die Ausgestaltung von den Maps und so angeht, mittlerweile einfach die Grenzen des machbaren oder des umsitzbaren erreicht. Also ich glaube, wir haben doch die ein oder andere Map, wo man jetzt sagen muss, okay, hier geht halt einfach nicht. Aber das hilft uns ja nichts daran, die ein oder andere älteren Map nochmal auszupacken. Guten Tag. Ja, ich hatte ja auch anfangs die Türflügelsperre drin, dass nur die... der linke Türflügel aufgeht, weil es, glaube ich, ein bisschen alt ist, muss man. Ich kann gar nicht sehen, ob ich das irgendwann oben gestellt habe. Äh, umgestellt. Werden wir gleich sehen. Ich entdecke die Folge jetzt quasi mit euch zusammen. Genau. Hallo. Ja, ansonsten... hoffe ich, dass ihr... ...trotz allen Umständen... ...schöne Weihnachten hattet, das Neujahr gestartet seid. Und... ...ja... ...ja... ...ich hoffe und ich denke, wir alle hoffen, dass uns das Jahr 2021 mal wieder was mehr Freude bereitet als das letzte Jahr. Und abwarten, bis es so wird. Ich wünsche jetzt auch gar nicht so viel auf das Thema Corona und so ein, weil ich glaube, es bringt uns wirklich... allem von vorne bis hinten zu in Ordnung was. Also... ...geall wo man hinschaut... ...was jetzt Fernsehen ist, Internet ist, äh, Radio ist... ...also man hat... ...man hat keine fünf Minuten irgendwas, äh... ...irgendwas, äh... ...an und... ...ist immer nur um Corona, Corona, Corona... ...und ich möchte damit jetzt, wie gesagt, nicht auch anfangen. Genau. Ja. Ansonsten, was, was gibt's sonst noch so zu erzählen, was ist denn in letzter Zeit passiert? Äh... ...ja... ...hat ja hier noch die ein oder andere, äh, Aufnahme gemacht. Äh, was war das erste Aufnahme? Ich hab einige Videos erstellt, äh, zum Fahrplanwechsel. Wo... ...diverse... ...fahrzeuge verabschiedet wurden. Ja. Ich muss sagen, ich bin für die ein oder anderen... ...äh, die Schicht ja... ...ja, tatsächlich auch... ...also jetzt... ...in November, Anfang Dezember noch viel unterwegs gewesen. Ich muss natürlich sagen, äh... ...kann man jetzt so oder so sehen, ob das jetzt, äh... ...vertretbar war... ...ich für meinen Teil muss sagen... ...ich bin mir durchaus bewusst, dass es vielleicht nicht so ganz verantwortungsbewusst... ...war in... ...in dieser Corona-Zeit, wo es ja teilweise dann auch schon wieder Ausgangssperren und so weiter gab... ...äh, so viel unterwegs zu sein. ...äh, allerdings muss ich auch dazu sagen... ...äh, dass ich Anfang des Jahres, also als der erste Lockdown war... ...äh, wirklich lange Zeit sehr, sehr strikt daran gehalten habe... ...also ich war wirklich... ...äh, wochenlang... ...äh, eigentlich nur zu Hause... ...höchstens mal... ...irgendwie... ...mit eben zum Einkaufen... ...oder mal spazieren gewesen... ...oder auf Fahrrad fahren oder so... ...aber da war ich halt wirklich gar nicht unterwegs... ...und ähm... ...ja, das ist mir... ...mehr oder weniger auch schwergefallen in der Zeit... ...und... ...ich habe mir jetzt einfach... ...gesagt... ...ich habe schon... ...gewisser... ...äh, gewissermaßen... ...einen Teil dazu beigetragen, würde ich sagen... ...ing des Jahres... ...also Anfang letzten Jahres mittlerweile... ...und ähm... ...habe ich mir gedacht, ich... ...erlaube es mir mal... ...auch mal ein bisschen meinen... ...spaß in Anführungszeichen zu haben... ...hat ja mittlerweile auch... ...mit da... ...äh... ...unter anderem auch damit zu tun... ...dass ich ja jetzt eben... ...alleine wohne in Karlsruhe... ...und... ...ich sag mal so... ...wenn ich jetzt... ...äh... ...wirklich sage, okay, ich halte mich an alles... ...und bleib wirklich zu Hause... ...und gehe nur irgendwie zum Arbeiten... ...und zum Einkaufen... ...aus dem Haus... ...ja... ...was mache ich denn dann? Ich meine, ich habe jetzt... ...hier in der Stadt... ...ne kleine Wohnung... ...20 Quadratmeter etwa... ...und... ...ja... ...ich kenne auch den ein oder anderen... ...hier in Karlsruhe... ...und... ...die Umgebung... ...aber... ...wie sagt man, sollte ich ja dann auch wiederum... ...er treffen und so... ...äh... ...ja... ...da steht man dann natürlich schon... ...vor der Frage, ja... ...was macht man denn den ganzen Tag... ...und... ...ja... ...ja... ...gar keinen Kontakt... ...mit irgendwelchen... ...Freunden... ...oder... ...Familie oder anderen Menschen zu haben, ist halt... ...auch nicht so... ...Lösung... ...würde ich behaupten... ...und daher habe ich es mir dann... ...in dem Fall einfach mal nicht nehmen lassen... ...und... ...war mal noch ein bisschen unterwegs... ...und habe noch ein paar Aufnahmen gemacht... ...ich muss dazu sagen... ...ich bin... ...also auch wenn ich unterwegs bin... ...gehe ich trotzdem... ...einigermaßen verantwortungsbewusst... ...mit der ganzen Sache um... ...also ich bin... ...niemand der jetzt... ...äh... ...ich denkt in dem ICE... ...ach... ...ich bestell mir jetzt einen Kaffee... ...oder irgendwas... ...und setz mich dann... ...ne Stunde lang dahin... ...und trinke... ...tropfen für Tropfen... ...ein Kaffee... ...nur damit ich eine Maske nicht tragen muss... ...oder... ...ja... ...sollte Dinge heißen... ...also... ...da gehe ich schon verantwortungsbewusst... ...mit der Sache um... ...und... ...frage... ...meine Maske... ...wirklichst oft... ...außer wenn ich halt... ...warte halt wirklich was trinken bin... ...oder... ...was essen möchte... ...oder so... ...ja... ...also ich sehe da auch kein großes Problem... ...also... ...ich bin ja jetzt... ...au den ganzen Sommer viel unterwegs gewesen... ...und... ...ich bin da mittlerweile so dran... ...dran gewöhnt... ...an die Maske und so weiter... ...stört mich eigentlich gar nicht... ...im Gegenteil... ...im Gegenteil... ...dass ich jetzt... ...denke... ...oh ja, endlich wieder Maske tragen... ...aber... ...ähm... ...oftmals... ...wenn ich aus dem Zug rauskomme... ...und aus dem Bahn... ...also... ...Bahn ist ja auch noch Maskenpflicht... ...und dann... ...auf die Straße rausgehe... ...und irgendwie... ...hause laufe oder so... ...dann fällt mir irgendwann... ...auf den Weg mal auf... ...oh... ...hast ja deine Maske noch auf... ...habe ich mir irgendwie gar nicht dran gedacht... ...die auszuziehen... ...zu dementsprechend... ...das... ...stört mich in dem Sinne eigentlich... ...überhaupt nicht... ...also ich... ...klar wäre ich froh, wenn ich... ...also... ...oder bin ich allgemein froh... ...wenn... ...die Maskenpflicht halt irgendwann... ...wieder abgeschafft wird... ...aber... ...ähm... ...daher kann ich das auch... ...um ehrlich zu sein... ...absolut nicht nachvollziehen... ...ähm... ...warum sich so viele Menschen... ...da irgendwie so... ...großartig... ...ähm... ...in ihrer... ...freiheit oder so... ...eingeschränkt fühlen oder so... ...hallo... ...weiß ich jetzt nicht... ...also... ...wo ich mich in der Freiheit... ...eingeschränkt fühle ist... ...wenn ich halt wirklich nicht mehr... ...aus dem Haus gehen darf... ...ich mein ich wohne jetzt... ...in Baden-Württemberg... ...hier ist ja... ...aktuell auch Ausgangssperre von... ...oder ich nehme 20 bis 5 Uhr... ...und äh... ...ja es soll ja jetzt diese... ...oder es ist ja jetzt auch... ...ähm... ...gerade aktuell... ...dass man in bestimmten... ...gebieten... ...auch seinen... ...ohnort... ...ähm... ...sich mehr verlassen darf... ...beziehungsweise... ...maximal 15 Kilometer... ...entfernen darf... ...also das sind so Sachen... ...wo ich mich dann persönlich... ...ähm... ...irgendwie eingeschränkt fühle... ...weich halt... ...jemand bin... ...der... ...gerne viel unterwegs ist... ...also... ...gibt für mich nichts schlimmeres... ...als den ganzen Tag... ...zu Hause zu sitzen eigentlich... ...also... ...klar... ...ich mein... ...i seht's ja in meinem Kanal... ...da fahr ich auch gerne mal... ...eine Runde um sie... ...oder... ...zu sie... ...oder... ...mache irgendwas anderes am PC... ...ich... ...schneid hier irgendwelche Videos... ...oder... ...nirgendwie wissen... ...was ich meine... ...aber... ...das... ...is bei mir nichts... ...was ich den ganzen Tag machen kann... ...also... ...das mache ich mal... ...gerne... ...ein paar Stunden... ...aber dann... ...de ich auch irgendwie mal raus... ...also... ...das... ...muss ich sagen... ...fehlt mir also schon... ...ja... ...von daher... ...bin ich auch... ...ja... ...am Wochenende... ...soweit wie es aktuell... ...noch möglich ist... ...also... ...ich halt tagsüber... ...noch... ...ja... ...ein bisschen unterwegs... ...ich muss tatsächlich auch sagen... ...ich sehe da aktuell auch... ...kein so großes Risiko... ...oder so großes Problem... ...weil... ...die meisten Züge... ...gerade im Fernverkehr... ...wirklich... ...ziemlich leer sind... ...also... ...wenn man jetzt Züge hat... ...die Abteile haben... ...hat man nicht immer eine Abteil... ...für sich alleine... ...und... ...ja... ...auf wenn man im Großraumwagen sitzt... ...gerade in den Abendstunden... ...hat man oft... ...den ganzen Wagen... ...für sich alleine... ...oder die nächste Person... ...sitzt... ...mehrere Meter... ...von einem... ...entfernt... ...so dass man da... ...gar nicht großartig... ...zu irgendwelchen... ...berührungen oder so... ...kommt... ...ja... ...die Karre ist auch gut dreckig... ...hätte ich mal waschen können vorher... ...ja... ...falls ihr euch fragt... ...warum es eigentlich... ...so schönes Wetter ist da... ...äh... ...ja... ...ich habe absichtlich... ...den Schneefall dann ausgeschaltet... ...unter anderem auch... ...aus Performancegründen... ...weil... ...ja... ...jeder erfahrene OMSI-Spieler weiß... ...sobald es in OMSI regnet... ...oder schneit... ...äh... ...ja... ...die FPS-Zahlen... ...drastig nach unten... ...und... ...da habe ich mir gedacht... ...lieber lasse ich es einmal ordentlich schneiden... ...dass... ...schönen Schnee liegt überall... ...und... ...ja... ...den Schnee dann wieder aus... ...fahren wir dann so durch die Gegend... ...aber der Effekt ist derselbe... ...außer dass wir den Scheibenwächer... ...nicht die ganze Zeit laufen lassen müssen... ...und... ...das... ...deutlich flüssiger läuft... ...und somit auch... ...angenehmer zum Zuschauen ist... ...für euch... ...und für mich auch zum Fahren angenehmer ist... ...das kommt dann... ...für auch noch dazu... ...ja... ...dazu... ...ja... ...neh... ...was zu dem Wetter... ...ja... ...ansonsten... ...was kann ich euch noch erzählen... ...ja... ...weihnachten, Silvester... ...bei mir... ...relativ entspannt... ...eigentlich nur mit der Familie... ...ja... ...bisschen... ...gefeiert kann man es jetzt halt... ...eigentlich nicht nennen... ...eher so zum... ...essen... ...haben wir halt eben... ...getroffen... ...und... ...das war es auch... ...das müssen wir noch was ganz großartig machen... ...ja... ...ansonsten... ...ich bin jetzt auch wieder... ...am arbeiten seit... ...an Anfang Januar... ...beziehungsweise seit... ...habe ich gern angefangen... ...und... ...ja... ...werde jetzt... ...dann... ...auf zwei Wochen wieder... ...bei einem Seminar sein... ...diesmal in Frankfurt... ...und... ...ja... ...ich muss mal schauen... ...wenn ich das jetzt zeitlich so mache... ...schaffe... ...weil ich jetzt diese Woche hier... ...noch dreimal nach Basel runterfahren... ...mit einem Glück von uns... ...und... ...das ist ja auch schon Wochenende... ...ich weiß noch nicht genau... ...was ich am Wochenende mache... ...und... ...ja... ...ab... ...Montag dann... ...also ich vermute mal... ...das Video hier wird dann... ...letzten... ...zwölften... ...eventuell morgen schon kommen... ...also am 13.01... ...also seid ihr top aktuell... ...wenn das Video kommt... ...bin ich wahrscheinlich gerade in Basel oder so... ...ehm... ...genau... ...ja da muss ich mal schauen... ...ob ich dann für die zwei Wochen... ...irgendwie dazu komme... ...noch ein paar Videos... ...zu produzieren... ...und... ...ehm... ...schon im Vorhinein hochzuladen... ...ehm... ...ansonsten nicht wundern... ...wenn die nächsten zwei Wochen... ...nicht ganz so viele Videos kommen... ...wenn es kamen jetzt über... ...weihnachten, Silvester auch schon... ...nicht so viele Videos... ...ich weiß... ...ehm... ...aber... ...das... ...möchte ich eigentlich... ...lange Zeit gesehen... ...wieder ändern... ...also das... ...ja... ...das haben wir so zwei Videos... ...die Woche kommen... ...so wie ich das jetzt... ...die letzten Wochen eigentlich... ...auch immer gemacht hat... ...äh... ...gemacht habe... ...also vor Weihnachten... ...das ist eine... ...ne ganz gute... ...Anzahl an Videos... ...das es... ...ja... ...möchte nicht langweilig wird... ...das aber auch nicht... ...zu viel wird... ...das kommt ja nicht mehr hinterher... ...ne... ...ja... ...ja... ...dann muss ich mal schauen... ...gleich in... ...drei... ...vier Wochen oder so... ...dass ich dann tatsächlich mal das Video aufnehme... ...wo... ...ich dann... ...mal überlege... ...oder mit euch zusammen... ...überlege und Ideen sammle... ...was auf meinem Kanal... ...so in Zukunft... ...passieren wird... ...da habe ich auf jeden Fall auch Lust zu... ...wenn da wirklich auch... ...eure Ideen gespannt... ...wenn es da der Einladung noch was hat... ...ja... ...ich weiß gar nicht ganz genau... ...wie lange die Fahrt hier überhaupt noch geht... ...sind wir jetzt bei... ...maa... ...25 Minuten ungefähr... ...und... ...und... ...dürfte eigentlich auch schon gleich vorbei sein... ...decke ich auch immer ein bisschen schauen... ...wenn das zeitrecht einkalkuliert... ...wenn das jetzt... ...das hier... ...vor letzte Haltestelle so gefühlt ist... ...und ich jetzt noch mal ein riesen Fass aufmache... ...ja dann... ...haben wir gleich ein kleines Problem... ...wenn sie sich halt dann gleich ein kleines Problem... Wir enden ja dann natürlich einfach. Hallo! Und ich bin... Ich kann mal erzählen, das wäre natürlich etwas unpraktisch. Deswegen würde ich fast vorschlagen, dass wir das jetzt ganz... Genau. Mein Abo ist auch abgelaufen, die Woche hier. Das muss ich mal wieder neu beantragen. Deswegen muss ich natürlich schauen, genau. Und ich würde sagen, wir lassen das Ganze jetzt so ein bisschen langsam ausklingen. Ich muss sagen, ich bin auch sehr human gefahren. Da hat ja selbst unser HBS aus R extrem wenig zu tun. Ja, jetzt weiß ich ungefähr, wo wir sind. Ja, dann ist es tatsächlich gleich vorbei. Ja. Jetzt noch einmal über die wunderbar texturierte Straße. Saße. Ja. Ja. Das ist ein Bisschen. Ja. Jetzt muss ich unbedingt... Ja, jetzt gehen wir noch ein Stück drängen. Ja. Ja, das ist ja... Ich impfe ihn, bei manchen Tagen, dass ich zuhause bin, vergesse ich manchmal zu trinken, weil die Zeit einfach so schnell vorbei geht und ich mir denke, oder ich eigentlich denke, dass ich regelmäßig was getrunken habe, aber dann zwischendrin immer mal so 2-3 Stunden gelegen haben und ich dann mal mit einem Glas Wasser getrunken habe oder so. Wie geht mir das heute auch wieder so? Hatte nämlich heute Homeoffice, weil es nämlich leider in Corona-Maßnahmen auch so ist, dass für mich nur mit einer begrenzten Anzahl an Azubis immer fahren darf. Die anderen müssen ja eben auch beschäftigt werden und das ist bei uns jetzt gerade aktuell so, dass wir dann Homeoffice-Aufgaben bearbeiten. Ja, das ist bei mir. Ja, das ist ein halbes Stelle. Ja, das ist ein halbes Stelle. Bitte, bitte, bitte. Und dann steigen wir. Dementsprechend war das bei mir heute der Fall. Die nächsten drei Tage bin ich, wie gesagt, unterwegs nach Basel. Ja, und ich dachte mir eben so, das sieht jetzt wahrscheinlich nicht so aus, aber ich habe mir Tage mal Fouré gemacht. Und ich hatte noch Milch hier und ich dachte mir so, ja, ich bin jetzt nicht so der pure Milchdrinker. Ich dachte mir so, ja, was machst du jetzt damit? Ja, ja, machst du Pudding? Weil ich mir eben noch Pudding brauchen, also so das Pulver halt. Ich dachte mir so, ja, machst du das jetzt schön und dann ist mir aufgefallen, ja. Schön, dass du noch Milch hast und du im Pudding jetzt machen willst, das ist aber gar kein Zucker. Das ist auf jeden Fall gut. Ich weiß jetzt grad nicht, wie ich darauf komme, aber naja. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich tritt jetzt genau das ein, dass ich eigentlich was erzählen wollte und die Zeit jetzt vorbei ist. Äh, ich rede jetzt einfach noch ein bisschen weiter und dann habt ihr gleich noch ein schönes Schwarzbild, wenn ich meine Abrundation mache. Äh, das wird ungefähr genau jetzt der Fall sein. Das ist wunderbar. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter reden. Und die meisten von euch werden jetzt natürlich schon abschalten, weil es, äh, eh keine Sau interessiert, wie ich euch jetzt verabschiede. Trotzdem hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Was habt ihr denn so an Weihnachten erst da gemacht? Seid ihr gut ins Neujahr gekommen? Und, ähm, ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sag an dieser Stelle bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal.